Puh! Sag doch mal das, dass sie kuschelig ist. Ja, das ist aber richtig kuschelig. Oder lieber erst mal noch keinen Wein. Von mir aus könnten wir jetzt ein Schlückchen Wein auch trinken. Guck mal nicht die ganze Zeit auf die Lippen. Sorry. Vielleicht hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf, dass ich sie gerne wieder küssen würde. Ich schwenkte meinen Blick immer zwischen den Augen, den Lippen. Sorry, ich habe mich gerade wieder verloren. Verliebt. Die Spannung war schon relativ hoch bei uns beiden. Das kann man wohl so stehen lassen. Wenn ich leider näher bin, kann ich mich irgendwie fallen lassen. Das ist wirklich schön. Ja. Wir haben so eine sehr leichte Art. Und wir lachen super viel. Das stimmt. Ich finde das sehr, sehr schön zu hören. Das bringt mich ihm ein Stück näher. Aber es macht mich auch ein Stück weit natürlich verlegen. Ist hier warm? Offensichtlich, oder? Ja. Echt jetzt? Das ist schon warm für dich? Das ist schon brutal warm für mich, ja. Vielleicht ist es auch einfach du. Meinst du? Nein. Heute habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns beide sehr stark irgendwie diesen Kuss verlieren konnten. Und der war schon sehr schön. Diesmal waren die Küsse schon etwas intensiver und mit ein bisschen mehr Fuego drin, würde ich jetzt mal behaupten. Noch schlafen die dritten Mädchen. Noch zwei Wochen. Noch zwei. Zu sehen, wie sie lächelt, wie dann ihre kleinen Fältchen an den Augen irgendwie dann entstehen. Das sind alles so Punkte gewesen, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist einfach eine sehr tolle Frau. War ein schöner Tag, danke dafür. Sehr schöner Arm vor allem. Ja. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Und jetzt kommt wieder die verkopfte Larissa, aber du hast mich nicht dafür. Trotzdem versuche ich das immer alles noch mit ein bisschen Abstand zu sehen. Oh, I wish I could fake it. Put a smile back on my face. So. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Okay, dann bleibe ich jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Und ich sage mich, wenn ich mich wieder bewegen kann, okay? Prost. Nach der Nacht der Rosen ist vor der Nacht der Rosen. Ihr wollt wissen, wie es nach der Nacht der Rosen weitergeht? Dann schaut hier auf RTL Plus. Ihr wollt keine Rosen-News verpassen? Dann vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Bachelor-Welt? Klickt hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020